Das nächste Stück ist unser Loblied an die Macht der Kunst, an die grenzenlose Macht der Kunst. Das ist die Anti-Realität. Viel Spaß. Ich hasse die Bände, ich hasse die Menschen, was ihnen gefällt, wird heute ein. Ich hasse die Bände, sie will nicht gehen. Ich hasse die Worte, ich kann sie nicht verstehen. Ich hasse fast alles. Ich liebe dich viel. Ich hasse den Anfang und ich hasse das Ziel. Ich hasse das Warten. Ich hasse die Zeit. Ich riegele in Zweifel, doch bin zu allem bereit. Ich hasse die Menschen und bin in ihrer Welt. Und will ich nicht sein, weil sie mir nicht gefällt. Ich hasse die Zimmel, die ich wirklich brauch. Ich brauch heute Dunkelheit und Licht und ich mach euch auf. Ich hasse die Worte, ich hasse die Worte, ich hasse die Zeit. Ich hasse die Worte, ich weiß, ich habe auch bei dir an rainingd. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke sehr, danke sehr.